Hallo zusammen, mein Name ist Evelyn Lichtenstein-Casperet. Ich komme, wie der Gerd schon vorgestellt hat, von Continental Automotive GmbH aus Regensburg. Was gibt es noch zu erzählen? Ich bin weltweite Projektleiterin für das Thema Cutter, Rollout in Continental. Und jetzt muss ich nochmal ein bisschen eine kurze Einleitung machen und gucken. Genau, bei dem Wetter glaube ich, das meiste, was Sie von Continental oder die ersten, wie soll ich sagen, der erste Gedanke, der bei den meisten Leuten kommt, ist, aha, die Conti-Reifen, ja, das sind wir. Aber wir haben auch ein bisschen mehr, sage ich mal, zu bieten, außer unseren tollen Reifen, die wirklich gut sind. Das ist keine Werbeveranstaltung, aber es stimmt wirklich. Wir haben den Bereich Conti-Tech und wir haben natürlich die Automotive GmbH mit den drei großen Divisionen. Da haben wir Chassis, Powertrain und Interior. Und wir haben, ich habe mich verbessern lassen von unseren Marketing-Kommunikationskollegen, wir haben mehr als 218.000 Mitarbeiter weltweit. Wir haben 430 Locations in 55 Ländern. Wir sind jetzt die CEP, die Central Electronic Plans, also wir sind nur ein kleiner Teilbereich, jetzt muss ich gucken, genau, ein kleiner Teilbereich aus diesem ganzen Conti-Verbund. Wir sind ungefähr 32.000 Leute mit 28 Plans. Und wir haben unsere Powertrain-Kollegen, die auch auf diesen Kater-Zug sozusagen, oder die den eigentlich gestartet haben. Und das ganze Thema wurde initiiert vom Herrn Avila, unserem Vorstand, der ein ganz tolles Buch gelesen hat, das ihr alle kennt. Und dann gesagt hat, wow, toll, Mike Rother, das Buch, das machen wir. Und so wurde das ganze Thema dann eingekippt. Und dann ist es bei uns in den Plans angekommen. Wir haben gesagt, okay, die BU Powertrain, die möchte, dass wir Kater machen. Oh, was ist denn das überhaupt? Wie passt das zu unserem System zusammen und so weiter? Und dann haben wir auch erst mal angefangen und haben das Buch erst mal gelesen. Und wie schon ein Kollege gesagt hat, wir haben es auch zweimal gelesen. Und es war nicht so leicht am Anfang zu verstehen. Wir haben gestartet in 2014. Das sind nochmal unsere Plans verteilt. Und sind jetzt dann eigentlich schon drei Jahre in der Kater-Reise unterwegs. Das wollte ich auch nochmal zeigen, was sehr wichtig ist. Das sind unsere Kontinentalwerte. Das sind sehr schöne Werte. Und wir kommen dann zum Schluss nochmal wieder drauf. Und zwar haben wir vier Stück. Und zwar das Thema Vertrauen, was immer eine absolute Basis ist in jedem Unternehmen, in jedem Verhältnis, sei es von Kollege zu Kollege, sei es von Kollege zu Chef und umgekehrt. Das Thema Passion to Win. Spaß daran zu haben, im Wettbewerb zu stehen. Was wir alle tun, im Wettbewerb zu stehen, aber das auch gern zu machen. Das Thema For One Another. Zusammen. Sich gegenseitig zu helfen. Und natürlich auch das Thema Freedom to Act. Ich kann für mich in meinem Bereich was schaffen, was entscheiden. Gut. Wie sieht es jetzt aus bei uns? Wie gesagt, wir haben 2013 sind wir sozusagen von der Powertrain-Organisation angestupst worden, dieses Thema zu machen, aufzubereiten. Wir haben 2014 dann begonnen, indem ich und noch andere Kollegen ins Training gegangen sind. Erstmal gesagt haben, wir müssen selber mal trainiert werden. Wir müssen es überhaupt mal verstehen. Was heißt das Ganze? Und haben dann Stück für Stück, wir haben mit vier Plans angefangen, einen Prozess aufzusetzen, zu pilotieren, auszuprobieren. Und dann haben wir ein Material, einen Prozess definiert. Auch, wie gesagt, von allen Quellen, die wir bekommen konnten. Von Gerd, von Bernd Mittelhuber, Mark Rosenthal, von diversesten kompetenten Trainern, die Sachen aufgesogen und auch wirklich versucht, auf uns anzupassen. Auf kontinental anzupassen, auf uns CEP. Was passt für uns? Natürlich, die Struktur bleibt gleich. Auch die Fragen, die Kernpunkte bleiben gleich. Da sind wir auch immer noch strikt. Das muss einfach sein. Aber wir brauchen auch seinen eigenen Weg. Man muss gucken, was für verschiedene Kulturen habe ich. Wie passe ich das ganze Thema an? Mittlerweile sind 22 Werke in dieser Kata-Reise unterwegs, weltweit. Und wir machen weiter. Wie haben wir angefangen? Wir haben für uns, das sieht jetzt für manche vielleicht ein bisschen so, oh mein Gott, das ist natürlich auch ein Teil. Wir kommen ja aus einer Zentralabteilung. Wir haben das Thema Continental Business System. Was unser Lean System ist, über Gesamtkonti. Und was für uns immer ganz klar oben drüber steht. Und Kata ordnet sich da auch, sage ich mal, unten ein. Unterstützt dieses System. Und da sind wir natürlich auch immer, wenn wir weltweit Dinge ausrollen, getrieben, das ganze Thema zu standardisieren. Diesen Standard zu halten. Aber auch immer diese Balance zu treffen. Auf der einen Seite, ich brauche einen Standard. Ich brauche Dinge, die Synergien schaffen, die gleich sind. Auf der anderen Seite habe ich eine Plant in China. Und die tickt anders, als wie unsere Kollegen in Budapest. Oder als wie die Kollegen in Ruby. Das ist einfach, oder in Mexiko. Das ist einfach mal sehr unterschiedlich. Wir haben begonnen damals mit dieser Initialisierung. Und haben erstmal Awareness Workshops gemacht. Das heißt, wir sind wirklich mit einem Thema aus dem, oder einem Kollegen aus dem Lean Umfeld, also mir und einem Management Kollegen, sozusagen durch die Plant Managements getingelt. Und haben drei Stunden einen Kata Awareness Workshop gemacht. Mit Domino, mit Papierflieger, mit so ein bisschen erklären. Und machen wir mal Hände verschränken, so und so. Einfach mal den Input zu geben. Also auch mal ein Thema, was wir gelernt haben. Wir brauchen Zeit. Also das hat sehr gut getan. Und das war einfach ein sehr großer Aufwand. Im ersten Jahr, die Leute langsam zu dem Thema heranzuführen. Und nicht zu sagen, boah, jetzt kommt hier ein Eimer. Wir haben heute schon gehört, kaltes Wasser. Und das ist es. Und das ist toll. Und das macht ihr jetzt. Sondern auch die Leute entscheiden zu lassen. Zu sagen, hier ist eine Information. Bitte liest das Buch. Schaut euch das an. Reflektiert. Denkt ihr, das wäre ein Nutzbringend für euch. Wir haben versucht, Beispiele aufzuzeigen. Aber auch diese Zeit zu lassen. Und das war für uns einfach nochmal eins von diesen Key Learnings. Zu sagen, wir brauchen Zeit. Und wir können die Leute nicht überreden oder anweisen. Sondern wir müssen sie überzeugen. Das zweite war, wir haben dann das Thema Foundation gemacht. Und das hieß, das Plant Management muss komplett trainiert sein. Und das sind die ersten, die trainiert werden. Das ist auch nochmal. Das war, glaube ich, auch ein Thema, was Sie gesagt haben. Ohne die Entscheidung vom Management, dass die sagen, ja, das mache ich in meiner Organisation, läuft die Sache nicht. Auch ohne den Plant Manager, der sagt, ja, meine Leute kriegen die Zeit dafür, funktioniert es nicht. Wir arbeiten auch immer daran, dass der Manager auch selber, sage ich mal, jetzt Cutter-Projekte macht. Da haben wir ein bisschen von abgelassen. Wir sind nämlich sehr froh, wenn wir die Unterstützung haben. Und auch die Unterstützung als Second Coach von der Management-Seite. Und haben dann gesagt, okay, aber im Training erleben die das auch einmal als Improver und als Coach. Das war auch nochmal, wie gesagt, ein entsprechendes Thema. Auch hier, wenn Sie sehen, wir haben so ein bisschen Key-Punkte festgelegt, was ich machen muss, was rauskommen muss. In der Phase erwarten wir auch, dass die Plant einen eigenen Trainer am Jahresende hat. Wir haben auch jeweils sozusagen Jahresscheiben dahinter gelegt. Das sind jetzt dann wirklich drei Jahre, die Sie da sehen. Manche sind schneller, manche sind langsamer, im Schnitt sind es drei Jahre. Und das ist für uns auch sehr wichtig. Das heißt, wir haben dann immer wieder Train-the-Trainer-Events. Wir holen uns immer wieder externe Trainer. Wir schaffen das noch nicht komplett alleine. Aber wir müssen auch dahin, weil gecoacht wird in der Muttersprache. Und das ist bei uns in Deutsch, in Regensburg in Bayrisch. Das ist aber in China in Chinesisch. Und das geht nicht, wenn da jemand in Englisch kommt. Das können wir dann nämlich im Management-Level noch machen. Da können wir diese Information so rausgeben. Aber das tägliche Coaching-Gespräch, das muss einfach in der Muttersprache stattfinden. Und dann brauche ich jemanden in der Plant, der in der Lage ist, in der Muttersprache, in dieser Qualität die Information immer wieder zu geben. Auch reinzugehen als Second Coach und das Thema dazu treiben. Gut, und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen ja auch ein bisschen mehr jetzt in die Breite gehen. Jetzt sind wir so vom Management runter, in den Shopfloor rein, in ein oder zwei FFs rein, Focus Factory rein. Wir haben gesagt, wir wollen das ganze Thema doch ausbreiten. Wir wollen es auch für continuous improvement haben. Und da haben wir auch nochmal hier festgestellt, mit unserem standardisierten Prozess, mit unseren elf Sprachen, die wir mittlerweile haben, dass wir auch gesagt haben, ja, wir haben Sachen, da lassen wir nicht mit uns reden. Diese Fragen werden vorgelesen. Das sind die Fragen, da wird nicht rumgetan. Ihr habt so viele Coaching-Fragen dazwischen, da ist genug Freiraum drinnen. Aber auch hier muss ich nochmal gucken, wie sieht es mit den einzelnen Kulturen aus. Beispielsweise, China ist ein gutes Beispiel. Da haben wir unheimliche Schwierigkeiten mit dem Second Coach. Und da muss man dann auch ein bisschen anders die Thematik aufziehen. Da muss man auch vom Training her gucken. Wir haben beispielsweise die Definition, dass wir sagen, wir haben mindestens zwei Tage Kater-Training. Ohne oder unter zwei Tage geht es nicht. Dann bist du nicht Kater trainiert. Also zwei, meistens machen wir drei Tage. Und da haben wir aber auch Spielraum. Es gibt einige Plans, die machen so Häppchen. Es gibt einige Plans, die machen diesen kompletten Block. Und da lassen wir Freiraum. Und das haben wir auch gelernt. Standardisierung ist es A und O. Wir sind eine Zentralabteilung. Aber man muss sich immer genau anschauen, in welchem Kulturkreis bin ich oder auch in welcher Plant bin ich. Es kann auch sein, dass wir auch einfach ein Gefälle haben, obwohl ich jetzt die Regensburger Plant unterscheide, sich von der Karbener Plant, obwohl es beides deutsche Plans sind. Also auch da nochmal, das war auch meine Kater, zurückzugehen und zu sagen, okay, dann lasst uns was vereinbaren, lasst uns eine Hypothese machen. Ihr wollt es jetzt da abweichen von meinem schönen Prozess. Also machen wir eine Hypothese und ihr probiert es aus. Und wir haben auch für uns, dass wir sagen, alle Rückläufe gehen wieder in den Prozess rein. Der ist nicht aus Stein gemeißelt, das soll er auch nicht sein. Der wird entsprechend angepasst. Und wir sehen auch, dass wir diese Phase jetzt langsam nicht mehr brauchen. Und dass wir jetzt hier nochmal und hier ausbauen müssen und nochmal ändern müssen. Was war noch wichtig? Ja, auch klare Definitionen. Ich weiß, dass Kata, oder ich habe es gelernt mittlerweile, ein Mindset ist. Für die Leute ist es am Anfang unheimlich schwierig, wenn man da kommt mit einem Mindset, Kulturwandel. Also wir haben auch am Anfang das Thema mehr oder minder als Methode verkauft und haben auch versucht, klare Leitbahnen zu geben. Und zu sagen, okay, wenn du trainiert bist, du brauchst mindestens zwei Tage. Wenn du ein Coach sein möchtest und aus dieser Lerngruppe rausgehst, brauchst du mindestens 60 Cycles. 20 Cycles von einem Second Coach. Also wir haben da auch ganz klare Regelungen gegeben, um den Leuten so eine Art Leitplanke und Hilfslinie zu geben auf diesem Weg zum Kata. Und das haben wir auch gelernt, dass das sehr gut ist. Wenn man am Anfang gleich mit dem Mindset kommt, man tut sich schwer. Und wir alle, auch wir im CIP-CBS-Office haben die Zeit gebraucht, sozusagen während des Roll-Aus und mit unseren Kollegen gemeinsam das zu erlernen. Also da auch wieder das Thema, man braucht Definitionen. Und wir haben auch gesagt, okay, wir wollen das Thema messen. Wir machen das auch, wie schon von den Kollegen erwähnt, auch nicht zum Spaß an der Freude, sondern letztendlich stehen wir im Wettbewerb und wollen auch zeigen und sehen, wie man das ganze Thema, wie uns das voranbringt. Und da war für uns auch die Schwierigkeit, wir sind da sicher noch nicht am Endpunkt angelangt, das ist eine Mischung aus KPIs, aber auch Soft Skills zu sagen, die wir in diesem Maturity Assessment zusammengestellt haben, die einfach Fragen beantworten, wie gut hält sich der Coach an die Fragen. Ist das Thema, ist die Target Condition gut definiert? Lauter solche Soft Skills. Man kann es nicht gut beschreiben, aber wir haben gesagt, wir versuchen das, wir probieren das, weil ich brauche da einfach auch eine Aussage dazu. Und da muss ich mich auch irgendwo entlanghandeln können. Und die Leute brauchen auch so eine Art Cookbook, sage ich jetzt mal, für dieses Thema. Je länger man das Thema macht, desto mehr komme ich ja dann letztendlich zu meiner eigenen Routine. Aber am Anfang brauche ich was zum Einstieg. Was wir auch festgestellt haben, war, dass wir nicht nur, das ist eine Schwierigkeit, welches Thema nehme ich jetzt für mein Cut-Up-Projekt und so weiter, sondern auch diese ganze Thematik. Ich möchte jetzt da gar nicht so drauf eingehen, das ist unsere CEP-CBS-Strategie aus dem Lean-Bereich. Und zu sagen, wo, wir haben diverseste Tools und Methoden, wo machen wir denn jetzt Cutter? Toll, habe ich jetzt gehört, ist prima, aber ich bin verwirrt. Ich soll das machen und ich soll ein Kaizen machen und ein CBS-Projekt. Und also auch, was für uns nochmal wichtig war, war das abzustimmen und einen klaren Bereich erstmal für uns festzulegen, zu sagen, wir wollen das für Continuous Improvement, wo ich entsprechend Effizienz steigern möchte und wo ich sage, da gebe ich mir eine Target Condition, wo die Leute sagen, keine Ahnung, ich habe das immer so nett gefunden, der Bernd hat immer gesagt, das ist das Bicke-Backen-Syndrom, wenn man sagt, keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Und sagen, genau dann, dann wollen wir das machen. Und auch diesen Zeitrahmen zu geben, zu sagen, ich bin hier nicht im Firefighting-Modus, ich habe hier an den Linien Improver und Coaches, die für dieses Thema Zeit kriegen. Aber auch nochmal wichtig für die Leute zu wissen, wann und wo. Was wir auch machen und was ganz, ganz wichtig ist, weil letztendlich geht es ja auch alles um Menschen und gerade in, wir verlieren das immer, wir fokussieren uns immer auf den Prozess und dann sagen, ja, und nebenbei wollten wir ja noch die Mitarbeiter entwickeln, das ist ja ganz toll und so weiter. Was ganz wichtig ist und sonst lebt das Thema überhaupt nicht, ist letztendlich die Einbindung aller, die damit beteiligt sind und nicht nur zu sagen, wir machen da so ein Happy-Communication-Event, sondern wir machen wirklich ein Event, um uns auszutauschen, um wirklich Themen einzubringen und jeder hat dann eine Stimme in diesem Event. Wir machen das auch sehr demokratisch. Es werden Erfahrungen eingebracht, vorgestellt und so kriegen wir eigentlich, wo ich sage, das ist Continuous Improvement mit allen zusammen und das ist ganz, ganz wichtig. Das ist wirklich unsere Cutter-Community und die regelmäßigen Treffen und da bin ich auch ganz happy, weil da hat sich auch der Mindset in den Plans geändert Ich hätte jetzt noch gesagt, vor, ich weiß nicht, acht, neun Jahren war das sehr unüblich, dass Leute aus einer Plant heraus irgendwo aus Mexiko nach Regensburg fliegen dürfen, um da zwei Tage an so einem Event teilzunehmen und das ist auch eine ganz tolle Entwicklung innerhalb unseres Unternehmens, dass man sagt, das ist wichtig, wir sehen, dass das bringt uns allen was und die Leute kommen zusammen. Gut, und jetzt komme ich nochmal zurück. Die Folie, denke ich, hat auch letztes Mal der Dr. Braun schon gezeigt, weil da haben wir festgestellt, wie toll eigentlich unsere Conti-Werte sind, weil die eigentlich wunderbar auch zu diesem Cutter-Mindset passen, wirklich zu sagen, das ist das, was wir haben wollen. Letztendlich wollen wir einen Spaß daran haben, uns einer Target-Condition zu stellen, wo wir sagen, keine Ahnung, aber wir schaffen das. Letztendlich ist es eine Geschichte, die wir gemeinsam, es ist keiner hier alleine, sondern wir sind immer in irgendeiner von einem Team. Was wir auch haben wollen, ist, dass ich entscheide, welches Obstdeck ich nehme, was ich ausprobieren will und letztendlich, wo ich sage, ich habe das Vertrauen, dass ich ein guter Mitarbeiter bin, auch wenn mich mein Chef regt und ich trotzdem sage, ich weiß es jetzt noch nicht. Und das war für uns eigentlich, da sind wir zum Schluss drauf gekommen und da waren wir eigentlich ganz happy, dass wir festgestellt haben, wow, unser Cutter-Thema passt wirklich toll zu unseren Conti-Werten. Und da schließt sich für uns dann auch wieder der Kreis. Ich konnte jetzt leider nicht alles auf die Zeit reinbringen, wir haben auch viele Themen, wo ich sage, da arbeiten wir noch dran, aber was für mich jetzt einfach mal so ein paar Kernpunkte waren, war einfach dieses Thema zu sagen, ja, es ist sehr gut, dass wir einen standardisierten Prozess haben, das war für uns sehr wichtig, aber auch immer wieder ganz klar, man muss auf die jeweiligen Menschen, kulturellen Aspekte eingehen und dort immer wieder anpassen und auch Unterschiede zulassen. Das andere Thema war natürlich zu sagen, wir brauchen gewisse Leitplanken, um uns in dieses Thema reinzubewegen. Und auch, war auch eine Anforderung, ich muss wissen, in meinem Gesamtrahmen, in einem vorhandenen System, wo das Thema kommt neu dazu, wo wird es platziert, wie soll dieses Thema dort reinwachsen, welchen Raum kriegt es? Und auch das Thema, wie komme ich von einem definierten Standard wirklich zu einer Continuous Improvement Kultur, dass ich muss die Menschen wirklich mitnehmen und einbinden. und letztendlich, wo wir ganz happy sind, wo wir sagen, wir haben klasse Werte bei Continental. Gut, das wäre es von meiner Seite. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.